Tarkov verdreht ist richtig schwer geworden. Vor allem wenn man Solo spielt mittlerweile. Ja, Solo finde ich ja. Solo ist scheiße irgendwie. Macht aber auch nicht so viel Spaß. Also ich spiele am liebsten ist meine Konstellation immer im Duo. Zu dritt geht auch noch so. Das ist auch noch okay, aber jetzt sind wir zu viert, aber ist nicht so schlimm, weil Kevin kriegt eh gleich instant einen Schusskopf. Ah ok. Er kriegt gleich einen Schuss in den Kopf und dann ist ruhig. Also einer steppt meistens eh. Ah Kevin. Ist doch nicht so gemeint. Links ins Gebäude oder was? In die graue Halle? Ja, in die graue Halle unten. Full Gear. Einer liegt down. Und hinter der Halle. Ich stecke kurz nach hier. Ich gehe jetzt gleich runter zu denen. Ach, ihr seid eh schon unten. Ah, wir sind schon unten. Ne, ich bin rum. Die verstecken sich in der Halle, wa? Ich darf meine Nate drüber. Drei Spieler waren das. Einer ist tot. Ich push mal zur Tank, gell? Ja, Kevin. Sein Puls, Alter. Ist schon wie auf 500, ey. Ich merke das schon. Warte mal. Nate geht rein, Nate geht rein in die Halle. Noch weiter. Der hat gerade gelaufen. Ja, ich bin vor der Halle. Von der anderen Seite. Okay, das waren das deine Steps. Also entweder sind die in der großen Halle oder hier in der kleinen. Aber oben sehe ich nix. Ah, sagt nur die Position an. Nicht, dass wir uns gleich gegenseitig abknallen hier. Ne, wir sind rechts. Wir sind rechts vor allem an den großen Eingang. Ich denk, dass die oben sind. Hab Kahlgebäude, meinst du. Dann ist auch einer von euch hinter mir. Ich geh jetzt in die Halle rein gleich. Ich bin hinter dir, ja. Ne. Wir sind, ich bin nicht mehr. Auf mich wurde geschossen. Ja, das ist Gev, oder? Ja, das Gev. Hast du n'Skev? Ja, ja. Der Rest hier auf dem Feld. Den gerade nicht mehr. Die Spieler sind drin oder ist jemand für euch drin? Ich bin drin, ich bin drin. Ich hab den Stopp. Hey, pass auf, die können hinter dir das. Ich komm rein. Achtung. Kommt zu Helly rein. Ja, wir pushen aber vor. Wir kommen von vorne. Achtung. Ja, komm. Wir kommen doch durchbruch. Also doch oben. Ja, wir sind hier. Ja, ja. Ich bin hier an der Tür. Achtung. Ich hab da ist offen. Oder? Kannst du mal zu? Warte, ich teste, ich teste. Ne, ist zu. Dann sind die im großen Gebäude. Dann haben wir doch richtig gesehen. Das die ins große Gebäude sind. Alter, was war denn das für ein Mutanten-Skev? Was hat der denn geschossen eben auf mich, ey? Sonst zieht die oben, ja. Oh, ihr könnt schon mal weitergehen. Ich lau' den noch mein Mac nach unten. Läuft einer von euch? Ja, ich bin oben. Kannst hochkommen. Ist clear, soweit. Nur Dach noch nicht gecheckt. Ich komm hoch? Ja, ja. Einer kommt von unten noch hochgerannt hier, pass auf. Einer ist gelaufen eben draußen. Hesse? Ja, nein. Ich glaub, dass der eigentlich, dass der verblutet ist, weil ich hab zwei Kinder. Hihihihi. Meine Granate. Der hat sich meine vier geschnuppte Penner. Hä? Hat sich meine vier geschnuppte Penner. Ist das deine? Ja, ja, die untere. Okay, save ich dir. Ne, 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 ne. Ne, ne, ne. Alles gut. Nein, ich gönn. Ich gönn, ich gönn. Nein, ich gönn dir. Nein, ich gönn mir selber. Aber Alex. Warte mal, Fingerling. Ja, ja, hier ist dein Doctag. Hihihi. Tot. Tot. Weißt du, du hörst dir immer schreien. Außenrum ja auch, ne. Ja. Kühler. 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 Hier war einer. Der hatte aber nur eine Einzelfeuerwaffe. Ich glaub, das war ein Scav-Spieler mit einer Pumpe. er heilt sich geradeaus zu der ist im arsch links ist noch was der ist hier drin was du das hier die maschine morgen was geht man besser da hatte einer von uns das sind schönes wochenende gehabt habe ihn auch zweiter down ich habe keine ausdauer mehr in den arm was eben hinter dir auf ja muttags mittwochs mache ich immer morgens mein stream so weit ist also so weit ist arbeitstechnisch von mir passt und sonst immer dienstags und donnerstags weißt doch abends ab halb acht ich bin ich bleib da ich bleib da alles gut lass ihn kommen elli hat luxus probleme lass ihn kommen ja ja ich sehe das warte 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 ap 90 das ist so ein kack hier jetzt bin ich ganz alleine ne für mich hat ein skeffspieler gekillt das war musien man hier hier können wir mitnehmen wieder für 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 labs musien run schön mit nacht war schon und der zweite war ein spieler es dankeschön wo kommst du mit hier rein so aufhörer sonnenbrille knarre ich habe sowieso kein platz mehr also von daher ich habe meinen loot hinten hingeschmissen den muss ich auch noch einpacken so jetzt will ich aber den lieben marv erstmal safen hier warte da kam noch einer alter wo kommen die alle her man und der boy tut mir jetzt aber hart was will der mit so viel bandagen ich muss ja ganz kurz marv safen hier jetzt kommen die raider auch noch oder was mann wo ist das loch scheißdreck ey nope nein nein warum Der Alarm hat ausgegangen. Warum, Alter? Ey, das ist Spiel, Alter. Das ist hasstlich, ehrlich, glaube ich. Kann nicht sein, Alter. Das kann echt nicht sein. Das ist jetzt ein Scherz, oder? Du stehst an diesem blöden Ausgang. Dann geht der Alarm aus. Nach 10 Sekunden, Mann. 10 shit happens Sekunden. Ja, ich mach den Alarm jetzt selber an. Scheiße. Das wird jetzt aber hart, Leute. Die ganze Runde war schon echt nervend aufreibend. Ich werde kein Klingel mehr machen. Ich verspreche es dir. Ich werde dich in Frieden stehen. Nein. Nein. Mach rein. Nein, falscher Raum. Alter Schmied, ey, was der F**k, Alter. Ja, nein, Silly. Gibt's den? Das ist das. Alter Schmied, ey. Zwei Spieler Und 80 Gefs Oh Leute, ich bin fertig, Alter Alter, mein Herz ist alles im Arsch gerade Helly hat gute Erfahrungen gemacht Mit dem Exit, ja Oh nein Zwei, sie kommen, alle beide Was für Schlampen, ey Ja Eine Granate werfen die rein hier Was für Exit-Pussys Alter, sind das denn Subscribe